hallo und herzlich willkommen zum fünften teil von loading human wir machen direkt weiter ich muss das irgendwie wieder erstmal ein bisschen diese steuerung reinkommen ich habe jetzt ein paar tage nicht gespielt wie ging das so ja geht doch und jetzt war das irgendwie so ja so ist das natürlich nämlich platz was ist passiert ihr vater ist ein rechter träumer was was machen sie da kurz gesagt dieser ingenieur wird ausgemustert aber ich baue ihn auseinander um zu verstehen wie er funktioniert der hersteller hat das urheberrecht an diesem roboter das ist illegal an ihn herumzuschrauben nicht wenn der hersteller ihr vater ist sehen sie die liquid scheibe das gedächtnis ja das gedächtnis es handelt sich um sämtliche aufzeichnungen seines dissipativen quantum herns wie bitte worauf wollen sie hinaus sie wissen dass quantum gehirne denen des menschen nachempfunden sind oder also wenn ich dieses hier lesen kann dann in theorie und leicht modifiziert könnte ich auch ihres lesen sie wollen meine gedanken lesen wäre vielleicht interessant sie können sich auch einfach fragen reichen sie mir bitte den schraubenzieher okay egal zum glück trage ich immer einen bei mir mein vater sagte sie hätten einen kopf für mich ich nicht ja Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.